Ein Gast sitzt im Restaurant. Sie hat Spaghetti Bolognese bestellt. Der Kellner bringt das Essen an den Tisch. Hier sind Ihre Spaghetti Bolognese. Vielen Dank. Lassen Sie es sich schmecken. Das Essen sieht sehr köstlich aus. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit. Möchten Sie noch etwas zu trinken? Ja, gerne. Ich hätte gerne eine Cola. Sehr gerne. Ich bringe Ihnen die Cola sofort. Schatz, hast du Hunger? Ja, ich habe Hunger. Lass uns ins Restaurant gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ober, haben Sie einen Tisch für zwei Personen frei? Mein Kollege kommt gleich zu Ihnen. Einen kleinen Moment bitte. Einen Tisch für zwei Personen. Folgen Sie mir bitte. Ich bringe Sie zu Ihrem Tisch. Vielen Dank. Hier ist Ihr Tisch. Ich bringe Ihnen gleich die Speisekarte. Was möchten Sie trinken? Eine Limonade und ein Mineralwasser, bitte. Sehr gerne. Sehr gerne. Kommt sofort. Der Kellner bringt die Speisekarte an den Tisch. Der Kellner bringt die Limonade zu den Gästen. Der Kellner bringt der Frau das Mineralwasser. Er schüttet das Wasser in ein Glas. Wissen Sie schon, was Sie essen möchten? Ich hätte gerne ein Schnitzel mit Pommes und Salat. Ich nehme die Pizza Salami mit extra Schinken und Pilzen. Der Kellner bringt Schnitzel mit Pommes und Salat an den Tisch. Auf dem Schnitzel liegt eine Zitronenscheibe. Der Kellner serviert Mayonnaise und Ketchup zum Essen. Der Kellner bringt eine Pizza mit Salami, Schinken und Pilzen an den Tisch. Was wollen wir nach dem Essen machen? Wollen wir an den Strand gehen? Wie wäre es, wenn wir ins Kino gehen? Sehr gerne. Im Kino läuft ein neuer Actionfilm. Ich liebe Actionfilme. Gehen wir ins Kino. Mein Kollege kommt sofort zu Ihnen. Hat es Ihnen geschmeckt? Ja, das Essen war köstlich. Das finde ich auch. Das Essen war sehr lecker. Das freut mich zu hören. Hier, Ihre Rechnung. Das macht 25,80 Euro. Hier sind 30 Euro. Der Rest ist für Sie. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß im Kino. Und ich wünsche Ihnen noch einen Fraulein. Vielen Dank.